Personare heißt mein Kurs. Person, suonare, klingen. Man ist erst dann eine ganze Persönlichkeit, wenn man sich selbst zum Klingen gebracht hat. Das möchte ich auf diesem Kurs vermitteln. Mein Name ist Stefanie Wüst, ich bin gelernte Opernsingerin, unterrichte auch schon seit sehr langer Zeit und in diesem Kurs möchte ich absoluten Anfängern und Beginnern den Mut geben, um wieder sich selbst zum Klingen zu bringen, zu singen. Am Ende des Kurses sollen dann kleine, einfache Lieder stehen, aber am Anfang geht es sehr stark darum, erstmal überhaupt die Stimme in sich selbst zu entdecken und wir machen kleine, einfache Übungen. Vielleicht werden wir Kanon singen. Es wird auch gemalt dabei. Ich werde verschiedenste Materialien mit dazu bringen, sodass auch über den Körper das entdeckt wird, denn unser Körper ist unser Instrument und das ist das Besondere beim Singen. Wir bringen uns selbst zum Klingen.